Hallo, The Plains Big Tale of War, ich habe mich gewohnt und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Monkey Island. Ähm, mir ist wieder eingefallen. Wir hatten ja immer diese... Was zum... Was ist mit Morgans Körper geschehen? Okay. Cool. Dann lebt die vielleicht ja doch noch. Ähm, wir hatten ja immer dieses Problem mit den verstoßenen Türen, wo wir immer dann hinterherkamen. Moment. Haken funktioniert ja irgendwie erstaunlich oft. Und auch dies heißt es so. Nein. Hier bewahrt der Marquis die abgetrennten Gliedmaßen der Piraten auf, die er operiert hat. Hm. Hey, man weiß ja nie, wann sich ein Sack mit abgetrennten Beinen noch als nützlich erweisen könnte. Vielleicht beim Herumlaufen? Tut mir leid. Wir haben jetzt echt einen Sack mit abgetrennten Beinen. Das ist ein Sack mit abgeschnittenen Beinen. Uah. Ey. Ist doch toll. Wollte ich schon immer mal haben. Nun, dann schauen wir uns weiter. Und wir haben ja auch dieses tolle, komische Rezept. Wo wir... Hm. Hallo, Doppelholz. Geht Schwammgerüche machen. Wie geht's Miss Trashy Whiskers? Trashy Whiskers? Hör mir genau zu, du Hurelschlötzer. Sie heißt Miss Pretty Whiskers. Hast du meine Frau gesehen? Ei. Raste hier durch wie eine Katze, die direkt aus der Hölle kam und ab ging's in Richtung Dschungel. Was genau machst du eigentlich? Ich versuche immer noch herauszufinden, warum Miss Pretty Whiskers sich nicht mehr bewegen will. Wahrscheinlich bekommt sie nicht genug Eisen mit ihrer Nahrung. Ich habe das Märchen über das Dschungel... Okay, ja. Gut, der hat sonst auch nichts Neues. Hier brennt's immer noch. Okay, ist ja schön. Dann werden wir uns wohl mit diesem beschissenen Rezept auseinandersetzen müssen. Ich muss sagen, ich hasse diese Kacke. Also nicht dieses Rezept an sich von mir aus, sondern diese Kartenkacke und alles. Ich raff's doch jetzt schon nicht. Ich mach' hiervon jetzt mal ein Foto. Es hilft ja nix. Wir müssen uns da durchquellen. Ich mach' hiervon jetzt ein Foto. Alter, das sind offensichtlich ja dreifarbige Säulen. Das wird ja wichtig sein. Schauen wir uns dann die Kacke an. Eine servierte Blinden, die die Blicke weckt. Ein fetziger Stoff, grell und bunt gescheckt. Als Vorspeise wird das Zungelfeisch gereicht. Wir, also wir haben keine Sowjetze oder so, die Kacke. Wir gehen jetzt einfach erstmal in den Dschungel. Und schauen uns um. Vielleicht gibt's ja irgendeine neue, irgendwas Neues hier. 18, 19, 20 und die X zeigt... Wenn ich diesen Lump in die Finger kriege, reiß' ich ihm seine winkenden Armer aus und schlage ihn damit zu Brei. Was schaust du denn an? Das Geheimnis für ewiges Leben. Das Spektrum des Grands Césars! Ha 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 ha! Hm. Es sieht nicht so aus, als sei Elaine momentan in Gefahr. Hoffentlich wird sie keine unverzeihlichen Gräueltaten begehen, bevor ich meinen Pocken heilenden Schwamm vergrößert habe. Okay, da läuft also. Da ist Papierstreifen. Pistolibres Tagebuch. Trotz fortgesetzter Anstrengungen, Köder mit wieder auffindbaren Elementen zu legen, sind die Spuren des Biestes nicht auf dem Dschungelboden auszumachen. Ach, wird das Biest doch nur eine Spur hinterlassen, so hell, wie flottsamst wunderschöne Dschungelbürmchen wäre. Doch halt, was riecht da so? Riecht irgendwas? Riechen ist ja schon mal wichtig für das Fiestgeschichten-Ding. Äh, für den Schwamm. Kann ich da was mit dem Schwamm machen? Okay, aber es scheint irgendwie was Relevantes zu sein. Ah. Hm, ein nasses, abgeschnittenes Bein. Das kann ich von der Einkaufsliste für Weihnachten streichen. Jetzt haben wir ein nasses Bein. Dschungel-Glühwürmchen, die Scheinwerfer der Natur. Interesting. Das muss nicht beleuchtet werden. Hm, die Glühwürmchen werden von dem Zuckerwasser auf dem Bein angezogen. Faszinierend. Und ein klein wenig ekelerregend. In der Tat. Aber was machen wir damit? Ich weiß es nicht. Der kleine Sponger Grande ist nur gut für das Aufsagen. Hm. Nee, weiß ich momentan nicht. Nee. Welcher Teil des Festmahls ist es denn? Ich frage. Irgendeiner davon wird es ja sein. Ist es nicht. Ist es auch nicht. Ich sollte das. Okay, ich habe keine Ahnung. Irgendetwas davon wird es sein. Aber. Hier ist. Ist es derselbe Dude? Ja. Na, er war im Kreis gelaufen. Okay, da ist dieses komische Kalenderding. Erstes Teil. Das ist komisch. Die ganze Götterstatue ist unter einer von Crimp Digits unzerbrechlichen Glasflaschen. Das alte Windsteuerungsgerät der Vekelianer wurde wohl wieder auf Saugen eingestellt. Aber was sollen die Röhren an seinen Fingern? Okay. Das ist natürlich interessant. Aha. Wer wohl diese Götterstatue unter Glas gelegt hat? Und warum? Ja, wahrscheinlich der Marquis. Was im Namen von Blubiets Haarfarbe... Hey, kein Wildern. Das gehört mir. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Sollte hier nicht irgendwo eine gruselige Voodoo-Hütte sein? War sie auch. Bis sie die Pocken verbreitete Voodoo-Lady verhaftet haben. Was ist passiert? Erst kamen die Flammen. Der arme Senior Nipperkin loderte wie Elmsfeuer. Dann erschien sie aus dem Feuer. Mit jedem ihrer majestätischen Schritte murmerte sie uralte Flüche. Ich werde nie den unheilvollen Blick vergessen, den sie mir zuwarf, als sie weggeführt wurde. Ein Blick, der mich zu Leiden, Schande und Reue verdammt hat. Gruselig. Und als wenn das noch nicht genug wäre, ich habe nicht mal ein cooles Voodoo-Ding in den Trümmern gefunden. Mann. Ein Mob kann so unfair sein. Nicht schade. Dieser Teppich hat so gut zur Hütte gepasst. Sogar abgebrannt ist die Hütte der Voodoo-Lady immer noch gruselig. Und Motten? Hm. Die Glut der Hütte scheint einen Schwarm Dschungel-Motten angelockt zu haben. Das erklärt wahrscheinlich, was mit dem Teppich der Voodoo-Lady geschehen ist. Können wir die irgendwo holen? Die Monnen? Wow. Oh. Diese verwöhnten Motten wollen keine Jacke essen, wie eine Kruste aus Speckfett, Fischwasser und Seekuhkutteln hat. Ich glücklicher. Okay, wir haben Motten. Geil. Sogar abgebrannt. Aber mehr ist hier nicht. Okay. Den einen 10 Spots kann ich aber nicht einfach schnell reisen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir Stellen irgendwie ausziehen konnten. Hä? Warum bin ich jetzt wieder hier? Danke. Lass mich mal schauen, ob das stimmt. Weil wir hatten ja auch was gelesen von den Motten, die Ultrakass-Klamotten wegfressen. Und das dürften die ja sein. Vielleicht finden die seine Klamotten hier geil. Also meine Kleinen, schaut euch mal diese hochauflösenden Klamotten an. Das ist ja wieder mal ganz klasse. Die Birne ist tot. Wenigstens hält Stans Schild die Motten von einer Rückkehr in den Dschungel ab. Stan! Geil, Brash! Alter! Ähm... Kann ich... Die fallen einem... Die LeChuck-Popper. Was ist das da? Das ist unsere LeChuck und das... Was ist los? Das ist etwas hell. Ja, wir arbeiten noch dran. Hey, was haben wir denn da? Einen Fanclub verrückter Insekten? Autsch! Hey, lass das! Verrückte Knabberviecher! Das... Au! Tut weh! Mein Au! Lieber A! Herr O! Gesangsverein! Au! 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 Genau genommen wäre das doch ein Hit! Stan S. Stanman, nackter Rechtsanwalt des Vertrauens! Sie haben nichts zu verbergen! Und er auch nicht! Ähm... Genug geplaudert, Freeport! Ich muss jetzt Visitenkarten drucken! Da sind die Reste von der Jacke! Und die können bestimmt... Auch wenn sie nur noch aus Lumpen besteht, ist Stans Jacke immer noch ein Schankmal! Die sind bestimmt für das Festmahl, oder? Kann ich eigentlich der Voodoo Lady meine Sachen zeigen und dann sagt die mir das? Die protzigen Überbleibsel von Stans Jacke sollten nicht... Die protzigen Überbleibsel von Stans Jacke sollten nicht... Nicht um das gebunden werden! Wir müssen sie als tatsächlich irgendwo rum binden! Eine Serviette binden, die die Blicke weckt! Ein 40er Stoff! Brill und bunt gescheckt! Sprechen wir nochmal mit der Voodoo Lady! Hallo? Was möchtest du? Erzähl! Das Festessen muss mit einem Tuch beginnen, das visuell so stimulierend ist, dass dem Schwamm keine Wahl bleibt und er die Nieren wird! Deine Hütte ist nur noch ein rauchender Müllhaufen! Ja, eine Zerstörung, für die ich selbst sorgte! Aber du hattest so viele tolle Sachen! Die mysteriöse Truhe der Weissagung, dein gruseliger Teppich, die ganzen Totenschädel, die mysteriöse Maschine in der Ecke, die nichts gemacht hat! Die wichtigsten Objekte wurden gesichert, an einem sicheren Ort gelagert! Wo? Du hast das Wissen davon, wo sie sich befinden! Du musst wissen, wie, nicht wo du suchen sollst! Könntest du es mir nicht einfach sagen? Ich würde ja! Aber die Wände haben Augen! Augen! Sie haben Augen! Das heißt, also, binden wir das um den Schwamm, oder womit interagieren wir? Oh! Als ich davon träumte, ein mächtiger Pirat zu werden, hatte ich mir nie vorgestellt, dass ich eines Tages Servietten, die ins Auge springen, um den nicht existierenden Hals eines mystischen Schwamms binden würde! Aber interessant, damit haben wir einen Teil des Festessens gemacht! Sagen wir doch direkt nach demnächst nochmal! Hallo! Wegen dieser... Was möchte ich... Kannst du mir noch etwas über die Antipasta sagen? Ich weiß nicht genau, was passend für das Feast of the Senseis wäre! Stinkendes Zuckerwerk vielleicht! Trocken geeitert, aus dem tiefen Dschungel! So etwas in dieser Art... Ah, appetitlich! Also Zucker... Gaumenreiniger? Hm... Etwas mit einem so starken Aroma, dass die Sinne wieder auf die Startposition gehen. Starkes Aroma, verstanden. Diese ganze Sache mit dem sechsten Sinn ist ziemlich abstrakt. Du musst etwas finden, mit dem der Schwamm die Zukunft erahnen kann. Wie ich sagte, du hast bereits den Schlüssel, um es zu finden. Der Schwamm will also einen großen Schock zum Dessert. Ja... Okay... Zucker... Nee... Fertig... Diese Klickerei hier... Fertig... Ähm... Nein... Vielleicht sollten wir uns noch weiter im Dschungel umsehen, da gab es doch auch noch diese Krippe und so irgendwo. Wir waren da halt so lange nicht mehr und ich habe das Gefühl, die Wege haben sich geändert. Dass man hier nicht einfach direkt auf die relevanten Spots klicken kann, ey, ich verstehe es nicht. Hier ist schon mal wieder so ein Altar. Was ist, wenn ich da sowas drauf mache? Leider, armer Hemlock. Ich kannte dieses Körperteil. Ein Bein voll Zehen schmiere die Oberschenkel käsig. Tausendmal trug es den knarzenden Rahmen seines Besitzers, doch wie klebrig und eklig windet es sich in meiner Hand. Also gut, die Suppe ist da. Ist das der Schock? Weil die Reihenfolge ist ja wichtig. Wird schon Müllfleisch gereicht, das riecht wie Füße, die nie eingeseift. So falsch, das könnte eigentlich das sein. Ich sollte das besser gut... Woher weiß ich denn, wie weit mein Schwamm ist? Angerichtet und bereit zum Essen. Schauen wir uns jetzt mal noch weiter um. Hier ist das Ding. Und wenn man jetzt hier... Ne, dann guckt man ganz woanders hin. Wie kommt man zu dem Grünen auf der Karte? Ich gucke da gerade. Da sind wir wieder beim Boden. Hm, ne, das sollte man eigentlich... Hä? Die Karte macht nicht mal Sinn. Was ist hiermit? Lass von Jadrande ist nur gut für... Ich habe schon drei nasse Beine in meiner Hose. Noch eines will ich eher nicht. Ich habe schon drei... Das muss nicht... Was muss ich mit nach hinten gehen? Da waren wir dann wieder bei der Hütte oder was? Ne, da waren wir hier. Wenn ich jetzt nach oben gehe, komme ich da hin. Ich nehme mich für den Brunnen. Also ich finde weder das... Das ist komisch. Der Weg führt dann nirgendwo hin. Ich finde weder das Lilane noch das... Also das grüne noch das rote Glas Ding. Und ich weiß nicht warum. Also eigentlich sollte ich von dem Lila an dem Glas Ding nach unten in den Weg gehen. Und dann lande ich... Eigentlich bei dem Roten. Aber irgendwie nicht. Also gut, hier ist das Gelbe. Ist das eins davon? Boah, ich hasse diese Quests. Ich werde mich beim nächsten Mal beschäftigen mit euch zusammen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Taser von Geiland. Bis dahin, haut rein.